Leute, heute müssen wir das Biest füttern, Ben. Alter, dich beim Nachtisch. Holy shit, you're hurting my feelings. Okay, also, uh, Render Distance Minimum, schnell machen, Ben, ansonsten explodiert ja alles, wir kennen die Mapmaker, die machen alles gerne kaputt. Die machen keine Späße, Alter. Die machen keine Witze. Ähm, wo ist denn das, wo ist denn das? Hab ich, bei Grafik. Okay, also, unsere Aufgabe ist es heute, dieses Ding hier zu füttern, und zwar brauchen wir dafür Blöcke. Die verschiedenen Blöcke geben eine bestimmte Punktzahl, und ab einer bestimmten Punktzahl gibt es, äh, ja, quasi Events, die dann auftauchen. Also, das Ding hier hat hier auf jeden Fall schon so komische Sachen in die Luft gemacht, ähm, ja. Okay, wir sollen diese mysteriöse Bedrock-Strukturen, sollen wir da, okay, erkunden. Ach, hier oben. Ja. Da oben? Ach, da ist das Biest. Ja, äh, äh, weiß ich gar nicht so richtig, wo es ist. Aber guck mal, komm mal zurück. In der Kiste war nämlich voll heftiger Loot. Ach so, scheiße, ja, stimmt. Warte, ich fürchte, wir müssen das einmal durchlesen. Oha, ja, das sieht stabil aus. Das werden wir auch wahrscheinlich brauchen, um unser ganzes Zeug hier abbauen zu können. So, zack, zack, äh, zack und zack. Hint. Gerade das Werkzeug, was wir bräuchten, um da easy hochzukommen, haben wir nicht. Eine Schaufel. Eine Schaufel. Weil hier so viel Kies ist, weißt du? Das ist die Bedrock. Oh ja, das ist es. Wir sind richtig, Ben. Ach, man kann sich hochteleportieren. Wir müssen auf den Command-Block stehen, Aufgabe. Auf den Command? Ah ja, hier drin ist der Kummer, da musst du mal rauf, ja. Sicher? Oh, bist du sicher? Ich will da nicht rein, ich will da nicht rein. Ich auch nicht, Alter. Oh, Level 1. Level 1, Chickmaster. Okay, wir müssen die füttern, müssen die füttern. Äh, 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 ich hab aber nichts. Ich, ich, alles ist dunkel. Ach so, ich stehe ja neben dir auf dem, mein Gott, wie peinlich. Ah, guck mal, das Ding, das ist Level 1. Das ist Level 1, also, es hat angefangen mit solchen Drecksachen. Und das Ding ist, wir müssen das jetzt füttern. Ich glaube, wir müssen das hier reinwerfen, oder? Müssen wir hier Blöcke reinwerfen? Oh ja, genau, die werden uns weggenommen. I got it, Ben, I got it. Wir haben 7 Punkte. Bei 10 Punkten passiert das erste Event. Okay, Level 2. Ah, jetzt ist Level 2. Level 2, macht was? Oh mein Gott, Alter. Der ist ja auch größer geworden jetzt. Bienen? Der ist größer geworden. Ja, es wird immer größer. Okay, dann als erstes Holz sammeln, Holz sammeln. Jetzt ist Holz? Ja, also, naja, du kannst Blöcke nehmen, welche du willst, aber es gibt verschiedene Punkte für verschiedene Blöcke. Ah, ich habe Diamantblöcke gesehen. Ja, ja, aber die machen wir später. Die machen nämlich richtig viele Punkte. Also, es gibt verschiedene Staffelleien. Es gibt 10 Punkte, das haben wir. 100 Punkte, dann glaube ich 1000, 100.000 und keine Ahnung. Boah, 12 Punkte brauchen wir. Okay, ich liefe heute Zeit. Das gibt 1 Million, dann sind wir beim Final. Boah, guck mal, wie heftig gewusstet habe. Alter, 39. Wir haben fast schon 100 geführt. Okay. So. Wir haben 107. Level 3. Oh, nice. Bezelot. Bienen, Bienen. Es kommt doch... Ach, der macht halt immer die Welt auch immer mehr kaputt, ne? Moment, kann das vielleicht sein? Nee, Moment mal. Weil wir zu zweit sind, dass das manchmal so ein bisschen verdoppelt wird. You know? Kann sein, ja. Weil ich habe die Bienen schon mal gesehen. Ah, okay. Dann sehen wir immer die Sachen danach. Oh, scheiße. Naja, egal. Ich habe... Und jetzt 1000? Ähm, jetzt 1000. Das Problem ist, ich weiß nicht, welcher Block 1000... Holy shit. Welcher nur 1000 gibt, weil die Diamantblöcke geben sehr viel. Also super viel. Honigblöcke vielleicht. Die kommen hier als nächstes. Kohle. Ich kann meine Sachen nicht abgeben. Mache ich was? Oh ja, ich habe es geschafft. Ich baue mal Honigblöcke ab. Hier passiert was Neues. Oh, noch mehr Bienen. Aggressive Bienen. Gemeine Bienen. Ich komme jetzt, Alter. Mit Honigblöcken und Kohle und Holz. Nice, nice, nice. Okay. Ich nehme... Alter, hier ist auch die Lava. Das ist ein neues Event, Elina. Ja, oh, stimmt. Dann heißt das nächste bestimmt Lava, irgendwas. Boomelot. Alter, der Honig muss übelst reingescheppert haben. Boomelot. Das klingt mir sehr nach TNT. Äh, das klingt nach Ocelot, die explodieren. Oh, oh. Aber nichts passiert, oder? Alter, der Honig hat übel reingescheppert. Oh, hier drüben war was. Du musst den Honig sammeln, Elina, den Honig. Alter, der Honig hat gescheppert 7262, Alter. Und ich habe nur einen Honigblock abgegeben. Lol, Alter. Oder die Kohle hat so gescheppert. Eins von beiden. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe die Staffelungen vergessen. I'm sorry. Die Staffelungen. Ich bin jetzt bei 100.000. Alter, warum ist denn die Spitzhacke so krass? Junge, die Spitzhacke ist übel krass. Ja? Was können die Dracheneier? Nix. Okay. Elina, ich habe ein bisschen Honig. Gebe ich dir. Kannst du abliefern. Wo bist du? Ich bin gerade auch bei Honig in der Nähe. Hier, warte. Ich bin, ich komme zu dir. Ah ja, hier. Hello. Da, bitte schön, bitte schön. Okay, okay, okay. Das muss richtig einscheppern. Aua. Uh, aggressiv. Hier rennen die ganzen Biele da her. Alter, sind das Schiele, das sind 100. Alter, das sind richtig viele. Das leckt richtig, das sind sau viele. Ja, deswegen mussten wir, glaube ich, das auf 16 stellen. Ansonsten wäre es halt wirklich, da stand, es wird ein Massaker. Und, ja. Liefer ab, Elina. Ich will jetzt hier die 100k sehen. Ja, Moment, ich muss hier erstmal hinkommen zu der Structure. Wir haben nämlich einen dummen Fehler gemacht und blieben da die ganze Zeit stehen. Deswegen kommen wir da sehr schlecht hin. Okay, okay, okay. Oh. 79.000. Alter. Fang Master. Was ist Fang Master? Hat er beim Belekt so heftschild. Ja, jetzt geht sie, jetzt geht sie, ne? Ah ja. Warte, ich habe hier gerade, Alter, es gibt sogar. Ähm, Netherite, ne? Oh mein Gott, es explodiert alles. Holy shit. Netherite, ja, ich habe auch antiken Schrott. Es ist an der Zeit, die Blöcke abzugeben. Die ja Emerald Eisen. Ne, ne, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Wir machen 100.000, machen wir clean. 100.000, also halb clean. Diese Honigblöcke, die lagen da safe nicht nur so rum. Und, oh mein Gott. Oh, scheiße, mich hat eine Biene erwischt. Oh, scheiße, hier sind so viele Bienen, dass ich gleich sterbe. Hä, meine Sachen verzaubern sich die ganze Zeit. Das ist voll krass, weil, no joke, ich habe das uns einfach selber gegeben. Deswegen bin ich so verwundert, warum das verzaubert. Oh, hier ist irgendein TNT. Ja, ich kann jetzt nicht zum Verkaufen gehen. Ich habe hier drei Dia-Blöcke, drei Samaragd-Blöcke, vier Eisenblöcke. Oh, scheiße. Du musst die 100k voll machen, Nina. Aber das schaffe ich nicht alleine. Ich habe, ich habe, doch, warte, ich habe Honigblöcke. Das kann ich jetzt nochmal versuchen. Oh, Jump'n'Run Master müssen wir jetzt machen. Oh mein Gott, die Structure ist schon so groß. Darf ich wirklich nicht rein? 80.000. Nein, dann skippen wir was. Das ist nicht so geil. Bitte. Ben, nein, wir sind so kurz vor die 100k. Das schaffen wir auch ohne Cheaten. Warum denn Cheats? Die standen da rum. Alter, was ist denn hier los? Potzol. Oh, der ist safe auch viel wert. Der ist selten. Oh, guck mal, wir können ins End gehen. Und dann können wir uns diese Blöcke hier holen. Die geben auch viel. Also die geben Verhältnis mit, ja, die geben sehr viel eigentlich. Wahrscheinlich geben die sogar mehr als die, die ich habe hier. Nee, 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 nee. So viel geben die auch nicht. Die geben ungefähr so viel wie so ein Honig-Ding, glaube ich. Boah. Ja, moin. Dann wären wir jetzt übelst. Ich habe auch richtig viele nochmal. Warte, ich droppe dir die. Da. Und. Zurück. Okay, warte, ich droppe die. Hä, wo ist die Struktur? Da hinten. Alter. Hier ist sie. Auch so leicht zu übersehen. Ich droppe jetzt hier. Ich gebe nur die Eisenblöcke ab. Ich droppe die Diamant. Oh nein, jetzt habe ich die Diamant-Dinger. Gut, ich darf nicht. Ja, schmeißt du auf den Boden. Nicht die Eisen. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Nee, nee, nee. Mach du erst End. Ich mache als erstes. Das wird aber auch übel scheppern. Das ist End. Oh, ich hatte irgendwas komisches im Inventar wahrscheinlich. Johnny Kaka-Boomer. Johnny Kaka-Boomer? Oh mein Gott, das leckt mega. Ich liefere. Soll ich die Eisenblöcke abliefern? Ja, liefere mal ab. Liefer mal ab. Abfahrt Eisen. Ja, moin, Alter. Das war nix. Lol. Darf ich jetzt die anderen Blöcke auch abliefern? Ja, mach, mach, mach. Dave wird das auch nix. Wer will sie in Fragezeichen? 1,3 Millionen. Oh mein Gott. Das ist genug. Wir haben ihn genug gefüttert, glaube ich. Wir haben... Oh lol, wir haben es einfach durchgespielt. Ja, aber was ist denn Johnny Kaka-Boom? Das Ding explodiert, Elina. Das explodiert? Stimmt. Ja, irgendwas passiert da. Oh lol. Oh, ach du heilige... Oh mein Gott, das ist ein Monster. Wir müssen in die Kapsel. Die Kapsel. Wir müssen in die Kapsel. Die Kapsel ist völlig kaputt. Was soll ich damit? Ben, siehst du das Ding da hier? Ja, der ist jubelkrank, Alter. Dreiköpfiger Ultraheimer. Wo ist denn die Kapsel? Wir müssen jetzt in die Berge unsere Kapsel suchen. Unsere Kapsel? Ach so, okay. Ah, da hinten. Ich sehe es. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ja, ich sehe sie auch. Wenn ich da bin, starte ich. Lass dich zurück. Alter, der kann TNT schießen. Alter, der heißt irgendwas auf Chinesisch. Wow. No joke. Alter, der zieht Kühe an sich ran. Der zieht alles an sich ran. Halbes schwarzes Loch. Sieht auch so aus irgendwie. Ja. Der wird immer größer, Ben. Ehrlich? Warte, ich komme nochmal zurück. Ich sehe nichts. Ah doch, oder? Warte. Nee. Nee. Oh, halt. Der ist viel größer geworden. Ja. Wo ist deine Rüstung? Meine Rüstung? Ach so. Als er mich gekillt hat, ist sie weggegangen. Ist sie explodiert. Scheiße. Ben, Hilfe. TNT. Soll ich denn dir da helfen? Keine Ahnung. Mich wegschlagen oder sowas. Hier hast du Karotten. Ich habe Karotten. Brauch deine Almosen nicht. Oh, ich schneide. Ab in die Kapsel. Warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. Oh, Alter, was macht Bär da? Schnell rein, warte. Oh, lol. Full Netherite. Alter. Alter, muss ich hier erstmal ein bisschen... Oh, wir können den killen damit, oder was? Oh, was war das denn? Ach, unsere Kapsel steigt scheinbar, oder? Nee, nee, wir müssen den killen. Hier ist einfach ein Ravager. Und selbst der Ravager, der wird rangezogen von dem Typen da. Den sollen wir jetzt killen? Ja. Okay. Wo ist denn der? Da, wo er die ganze Zeit war? Weiß ich nicht. Ich sehe ihn. Doch, hier ist er noch. Hier ist er noch. Okay, wir müssen kurz warten, bis so eine Schalkerbox kommt. Und dann müssen wir da hinfliegen. Wir müssen aufpassen, weil der fährt sich instant weg. Ist eine Schalkerbox mit einem Nichts? Ja, aber die müsste eigentlich hier in unserer Nähe spawnen. Und dann müssen wir uns damit hochhusten lassen. Ah ja, ich fliege, ja. Wo bist denn du? Ja, das ist zu weit weg. Ja. Ich glaube, wir brauchen mega viele dafür. Oh. Ben, was hast du gemacht? Ich habe den beworfen mit dem Ding. Der hat hier seinen Kopf. Siehst du den? Ich... Ich habe den einfach mit dem Slayer beworfen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Mein Ding ist weg. Ich fetz den, Edina. Ja, ich fetz auch irgendwas. Bulletfly. Ich fetz auch irgendwas. Ich fetz den Wither gerade. Alter, wir sind so unsterblich. Hä, ich weiß gar nicht, was hier gerade abgeht. Bam. Ich bin tot. Ich bin gestorben, Ben. Ich habe meinen, aber ich komme hier nicht mehr raus. Scheiße. In dem übelst tiefen Loch. Beschmeiß ihn. Ich beschmeiß ihn? Mhm. Da habe ich es gemacht. Ja, ich habe es versucht, aber... Ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat gerade nichts... Ich mache mal. Jetzt. Yes. Okay, okay. Jetzt wieder die zwei Heimer töten. Ah, sie laden sich auf. Er hat mich jetzt hingekillt. Ehrlich? Bist du schon wieder tot? Ja. Aber, aber... Warte, warte. Ah, okay. Ich werde von dem Wither verfolgt. Alles gut. Nur der Wither hat mich irgendwie gekillt. Wer killt seinen zuerst? Naja, wer wohl, Alter? Oh, ist doch irgendwie knapp nochmal. Wo bin ich? Ich war knapp. Ich habe meinen. Jetzt habt ihr nur noch einen Kopf. Der letzte Kopf. Der letzte? Ah, okay. I got it. Soll ich wieder? Soll ich werfen? Du wirfst, du wirfst, ja. Okay, ich versuche. Schalker Kiste hat mich erwischt. Aber das ist sehr gut, weil dann haben wir kein Problem mit dem Wither. Los, come on. Come on. Wither. Ich will nicht fallen. Ich will gegen den Wither kämpfen. Und ihn sehen. G. Zu den G. Alda. Alda, wir haben Witherstorm. Wir haben Game Mood Witherstorm bekommen. Boah. Ja, das bringt uns zwar nichts, weil wir damit nichts anfangen können, aber egal, Leute, das war es mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ja moin, die Kamera war aus. Leute, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, darüber würde ich mich riesig freuen. Lasst unbedingt ein Abo da, darüber freue ich mich ums mehr. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, morgen Abend. Taut rein, Leute. Ciao. Ciao.